So, zack, zack. Dann das Bett aufstellen. Ach, geht ja so gar nicht. Stimmt ja. Machen wir das so. Zack. Anlegen und schlafen. So geht es nämlich auch. Ansatz legen. So, aber ich glaube, wir gehen dann gleich wieder zurück. Zack. Ach, cool. So kommst du auch ganz leicht runter. Zack, zack. Ich habe eh keinen Platz mehr vor jetzt. Ist auch das Schlimme. So. Äh. Da Setzlinge. Und Tondi. Hm. Was kann denn weg? Ach, die können weg. Kann ich unten noch so sammeln gehen? Ja. Was ist denn? Hast du Hunger? Gut. Du auch? Du auch Hunger? Nein. So. Dann gehen wir gleich nochmal Richtung Lüste gucken, was da denn noch so ist. Und mal schauen, was wir noch zu finden. So. Komm mal hoch. Tuch auch. Vielleicht finden wir ja sogar so eine Festung. Das wäre ja auch was Geiles. Na dann kommt. Autsch. Autsch. Bisschen Kakao noch mitnehmen. Besser mehr als zu wenig. So. Da ist Kohle drin. Können wir da lassen. Boah. Ihr Hunde seid doch so dämlich. Wir schaffen das echt immer gegen Kaktus zu rennen. Mann, Mann. So. Zack. Aber ich bin bestimmt viel zu weit weg von zu Hause. Höhle. Höhle. Fliegender Block. Ach, Mann. So ist das. Ich lasse das aber gerne runterfallen. Hm. Hier ist schon mal keiner. Festung. Gehen wir nochmal ein bisschen rumschauen. So. So. Was ist das denn? Naja. Hm. Gibt's schon komisch aus den Bergen? Mein Gott, ey. Das Leben könnte ich auch mitnehmen, aber nö. Dafür müsste ich wieder was wegschmeißen. Und. Eigentlich. Brauchen wir alles. Ach, was. Sehe ich jetzt erst? Meine Fasse, ey. Was wird das denn eben? Oh, so ein Schankproblem. Haben wir bestimmt schön in der Aufnahme gesehen. Wollte schon sagen, fliegt das Ding, aber. Glaube ich nicht. Oder doch. Doch, das Ding fliegt. Auch geil. Hier alles volle Löcher. Ach, Mann, ey. Glaubt, wir rennen aber gleich auf jeden Fall mal zurück. Hey, Kuh. Muuu. Stirb. Du auch. Du Dreckstvieh. Gib mal dein Fleisch. Du auch. Her damit. Und du auch. Her mit dein Fleisch. Da hinten kommt noch eine Wüste. Gehen wir mal da nochmal gucken. Sind ja noch mehr Kühle. Boah. Stirb. Wow. Stirb. Wow. Verfickte Scheiße. Da hab ich was von der gefallen. Und du schubsst. Versuch mich da nicht von da zu schubsen. So, du noch. Ja, toll. Ist richtig. Liegt die Hälfte runter. So. Eigentlich hätte ich ja nochmal Ocelot suchen können. Im Dschungel, aber naja. Kühe auf dem Bäum. Ist richtig. Aber dazu hab ich eigentlich Fisch mitgenommen, ne? Vielleicht mal einen schönen Ocelot noch finden. Da muss ich ja gleich wieder zurück. Oh ne. So, was haben wir denn hier? Da ist nix. Da ist nix. Ne Festungsbefinden wird trotzdem schwer. Hm. Tja. Ja, ja. Ach, guck mal. Noch ein NPC-Dorf. Und da ist wieder ein Dschungel. Toll. Jetzt find ich noch mehr Dschungel. Dschungel oder was? Oder ist das nur ein Baum? Ne. Wollt schon sagen. Was ist das denn für ein Stein? Diesmal. Oder diesmal komplett auf Stein. So. Was habt ihr denn hier? Habt ihr hier was drin? Nein. Nein. Ne Truhe. Was ist da drin? Ja, Diamanten. Gleich vier Stück. Geil. Ach du Scheiße. Echt. Ich muss mal was machen. Die ist ja eh fast im Arsch. Zack. Vier Diamanten. Geil. Echt. Rüstung hab ich noch. Hm. Das können wir mitnehmen. Gold nicht. Scheiße. So. Ach, Leder lass mir hier. Nimm mir das mit. Hey. Ich beklau euch. Bestimmt nicht so schlimm, ne? Könnt ihr auch reinspringen, aber mach ich nicht. Da ist ein Dschungel. Da können wir ja mal gucken, ob da einen Ozzlot gibt's. Bin ich ja mal gespannt, ob wir überhaupt einen finden. So, Bettchen da oben rein. Ozziel. Ozzielo. 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 Komm, 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 komm. Bäh, Fuss. Ja, ich weiss. Ein Ozzlot ist kein Hund, aber egal. Mhm. Ozzielo. 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 oder am besten zwei dann haben wir miau 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 ganz viel das wird was ist noch zu finden war da eben was noch zu laut oder nur kakao ja acelot 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 soo ob ich für ein dottom ist hier viel zu selten gibt es die viecher aber gehört sich auch so eigentlich acelot bist du da ist das denn noch nicht mal ganz geladen acelot 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 wo bist du was ist das höheneingang man wird junge ist schon groß schon ja und ich könnte ja auch einfach mal rüber fliegen das war ich nicht könnte ich war ich aber nicht könnt ihr auch den ganzen dschungel holzen also boden und es wird schon wieder dunkel schöne scheiße na egal ich mach mal kurz soo dann mach ich soo dann gehe ich hier hoch und dies folgen mir wahrscheinlich gleich oder auch nicht ich glaube jetzt habe ich die hunde verloren ach da sind sie ja ja der hund fällt da runter der ist so dämlich echt jetzt komm her setz dich setz dich setz dich und du ich gehe hier mal kurz drauf her ich gehe kurz schlafen so nehmen wir das wieder das tausend zu lange hoch zu kommen und ich war noch mit diamanten guten nacht guten morgen soo ja ich weiß dass ein robot aus da ist der hund noch ein baum wow liane ouch natürlich die liane nicht erwischt leider so klar komm mit ouch schon wieder du kommst auch mit und du auch soo wo ist denn bloß ein böse sozellot oder zwei besser gesagt hmm 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 das ist nur eine dumme kuh die dumme kuh macht muh ozellot 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 boah echt was sind die scheiß Viecher denn ne ich dachte das ist alles nur ein scheiß Pilz ozellot hmm hmm meeeine fresse wo ist denn so ein scheiß ozellot echt jetzt mal heißt dass sie sind häufiger mal heißt dass sie mit dir seltener dann sind sie wieder häufiger ach mann ich würde auch nur so ein ozellot haben ach mann und du scheiß ozellot wo willst du denn und der dschungel ist schon groß ozellot, ozellot, kaum bei fuß ozellot, bist du ach mann ey das ist dumme Mist wie echt was ich noch mal kurz mache ist so, so renders Distanz, dass die Frame ein bisschen mehr mehr FPS hat beim Aufnehmen trotzdem zu wenig